Musik 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 Wir haben gerade einmal so schön eingetanzt und schon muss ich wieder die Tanzfläche wehren machen. Wir dürfen gleich weiter tanzen. Mir ist aufgefallen, Patrick und ich haben vergessen, unseren DJ vorzustellen. Der junge Mann, der hier oben steht und uns diese nette Tanzmusik spielt, ist DJ Andi, er kommt aus Leipzig. Oft bei... Oftmals bei Salsa-Partys zu gehen und hat aber unzählig auch angeguckt, die deutschland- und lateinamerikanischen Tests. Und nun, aus der Salsa-Szene kommen alle zu uns gestoßen. Die schwarzen Schafe tanzen eine Salsa-Ruela. Man muss wissen, um das Wert zu schätzen, dieses Salsa-Ruela, dass nicht nur ein Paar etwas einzeln tanzt, sondern, ich weiß gar nicht, wie das jetzt werden, alle Paare gleichzeitig etwas tanzen. Und es gibt dazu keine Choreografie. Thomas Schwarz, das ist hier der Salsa-Leiter dieser Truppe. Ganz vorne wird das Comandos brüllen und alle Salsa-Tänzer werden dann spontan diese Figuren tanzen. Und wir werden jetzt noch mal sehen, wie das so beliebt. Und ich wünsche viel Spaß bei Salsa-Ruela. 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018